Hi Leute, heute bin ich mein Busfahrer. Ich bin noch sehr neu. Ich muss erstmal die Türen öffnen, damit die Menschen da rein können. Alle einsteigen. Das ist ja eine witzige Hupe. Beeilt euch. Ich habe nicht so viel Zeit. So, müsst ihr halt warten auf den nächsten Bus, wenn ihr euch nicht beeilt. Ich bin einfach vorbei. Gut. Ah! Sollte der eigentlich vorbeifahren. So, weiter geht's. Alles ist gut. Festhalten. Dackelkurve. Leise dahinten. Upsi. Ich habe hier oben ja noch ganz viele Funktionen. Ich mache mal Licht an in die Anzeigenanlage. Das rein. Scheibenbücher funktioniert nicht. Ah, ich muss sie anhalten. Alle einsteigen. Wum. Ba, tuto, bom? Es beeilt euch. Ich brauche auch nur so lange, weil die sich immer, bevor sie sich hinsetzen, ein Ticket kaufen. Die können sich doch ruhig ein Ticket kaufen, wenn alle eingestiegen sind in der Fahrt. Dann geht das viel schneller. Cooles Auto. Warten auf den nächsten Bus, hab nicht so viel Zeit. Wenn ich hier fahre, im Feld, dann sind keine Autos im Weg. Wenn man die ganz sanft berührt, dann bleiben die immer stehen. Kann die dann gar nicht schützen. Die sind ganz fest. So, hier mache ich Pause. Das war es auch schon vom Bus Simulator. Ich hoffe euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.